Unsere Gewerbesteuererklärung haben wir für unsere UG haftungsbeschränkt so ausgefüllt. Ich gehe jetzt mal die wichtigsten Felder durch. Es sind auch nicht viele, nur das Deckblatt und auf dem zweiten Blatt einfällt. Also Finanzamt, Steuernummer hier oben eintragen, dann Unternehmen, Firma. Schreibe ich jetzt mal ein Beispiel rein. UG. Dann Art des Unternehmens, was macht das Unternehmen? Dann kommt hier die Anschrift rein, die Hausnummer, Postleitzahl, Ort, Postfach, Telefonnummer, Rechtsform des Unternehmens, noch wichtig. Also in unserem Fall war das eine UG haftungsbeschränkt. Also hier oben Art des Unternehmensproduktes, was macht das Unternehmen? Und Zeile 8, Rechtsform. Dann als nächstes fällt die registerliche Eintragung. Also hier kommt rein, wann, wo, Amtsgericht XY am Datum und die Registernummer. Das steht in euren Daten vom Handelsregister. Dann hier, das war für uns nicht relevant. Nein, nein. Nein. Und auch kein Hausgewerbe. So viel zum Deckblatt. Bei Elster Online, ich weiß nicht, wie es da, da sieht es nochmal anders aus. Also ihr müsst das ja über Elster Online machen im Normalfall. So, und auf dem nächsten Blatt haben wir dann eigentlich nur noch hier ausgefüllt. Wir hatten ja ein abweichendes Wirtschaftsjahr, Erster. Also Erster, Sechster bis 31.12.2013. Wir hatten einen Verlust, also nur die Gründungskosten, Vorschriften des Körperschaftsjahrgesetzes. Und in dieses Feld haben wir den Jahresfehlbetrag dann nochmal reingetragen. Und das war es auch schon. Mehr Angaben haben wir nicht gemacht. Und ja, hat niemand gemeckert. Und das war es auch schon.